Die Weihnachtszeit liegt vor uns und Hannah und ich möchten Sie wissen lassen, wie dankbar wir für Ihre treue Verbundenheit zu Hour of Power sind. Ihre Gebete und Ihre Spenden bedeuten uns sehr viel und wir können Ihnen gar nicht genug danken. Ja, Sie sind Teil unserer Familie und wir fühlen uns so gesegnet durch die Art und Weise, wie Sie uns unterstützen. Wir möchten Ihnen jede Woche das Gefühl geben, dass Sie hier zu uns gehören, weil es so ist. Wir mögen Sie sehr. Wenn Hour of Power Sie in diesem Jahr inspiriert hat, wären wir sehr dankbar, wenn Sie uns mit einer Weihnachtsspende unterstützen können. Wir brauchen Ihre Hilfe auch in Zukunft. Ihre großzügigen Spenden ermöglichen die Verbreitung unserer Gottesdienste. Bitte spenden Sie heute, sodass wir das Jahr gut beenden können. Ihre Spende mit dem Vermerk Weihnachten wird dazu beitragen, dass wir im kommenden Jahr noch mehr Menschen erreichen können. Wir sind sehr dankbar für Ihre treue Unterstützung. Möge die Nachricht, dass Jesus bei Ihnen ist, in dieser Weihnachtszeit Freude in Ihr Zuhause bringen. Wir wünschen Ihnen, dass Ihr Herz mit erwartungsvollem Glauben erfüllt ist im Blick auf das nächste Jahr. Wir beten für Sie. Denken Sie daran. Gott liebt Sie und wir auch.